Ja, moin moin, liebe Leute, hier ist Dietmar von tariftipp.de. Ich habe mich immer noch ein bisschen versteckt, weil es heute wieder extrem windig ist hier im Norden Deutschlands. Ich mache ein Beispielvideo mit der Hauptkamera des Samsung Galaxy A52 5G bei Sturmbedingungen. Und ja, also wenn das jetzt böse Kratzergeräusche gibt, dann kann das Wart von nichts dafür. Es ist einfach super sauwindig. Und diese Aufnahmen hier mache ich mit der Hauptkamera im Automatikmodus. Ich nutze die internen Mikros. Und ja, eingestellt habe ich den Videomodus 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Das ist die maximale Videoauflösung, die das Samsung Galaxy A52 beherrscht. Es gibt auch einen Full-AD-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde. Und ja, die Hauptkamera hat ja einen optischen Bildstabilisator. Es gibt hier auch zusätzlich noch einen elektronischen Bildstabilisator. Der ist jetzt allerdings nicht aktiv. Und ja, ich teste das Samsung A52 5G gerade auf Herz und Nieren. Und wenn ihr Interesse habt an den Testbericht, schaut mal auf meinem Videokanal. Da findet ihr den. Wir sehen uns dann ja wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.